Norbert Endlich, ein berühmter deutscher Sänger und Songwriter, hat im Laufe seiner musikalischen Karriere mit seinen tiefgründigen Liebesliedern und melodischen Melodien einen starken Eindruck hinterlassen. Doch hinter dem Rampenlicht der Bühne kämpft er mit schwerem Knochenkrebs, ein Kampf, von dem nicht jeder weiß. Norbert wurde am 12. September 1957 in Berlin geboren und zeigte schon bald sein natürliches musikalisches Talent. Seit seiner Kindheit begeisterte er sich für Musik und war fest entschlossen, diesen Weg einzuschlagen. Norbert begann seine musikalische Karriere in den 1970er Jahren und wurde schnell zu einem prominenten Namen in der deutschen Musikszene. Mit seiner inspirierenden Stimme und seinem hervorragenden kompositorischen Können hat er die Herzen von Millionen Fans erobert. Doch das Leben war für Norbert nicht immer einfach. Vor ein paar Jahren begann er, unerklärliche Schmerzen in seinen Knochen zu verspüren. Zunächst dachte er, es handele sich lediglich um normale altersbedingte Schmerzen. Nach vielen medizinischen Tests stellten die Ärzte jedoch fest, dass Norbert an Knochenkrebs litt, einer schweren und herausfordernden Krankheit. Knochenkrebs ist eine der am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten und tritt häufiger bei jüngeren Menschen auf. Diese Krebsart greift das Knochengewebe direkt an, verursacht starke Schmerzen und beeinträchtigt die Lebensqualität des Patienten erheblich. Für Norbert war die Entdeckung, dass er an der Krankheit erkrankt war, ein großer Schock. Er hatte nicht nur mit körperlichen Schmerzen zu kämpfen, sondern auch mit psychischem Druck, da er wusste, dass diese Krankheit seine Karriere und sein Leben gefährden könnte. Von der Krankheit ließ sich Norbert jedoch nicht befallen. Er beschloss, bis zum Ende gegen den Knochenkrebs zu kämpfen. Norbert begann den Behandlungsprozess mit Optimismus und bemerkenswerter Beharrlichkeit. Er durchlief viele Runden Chemotherapie, Strahlentherapie und Operation, jedes Mal eine große Herausforderung. Der Schmerz und die Müdigkeit nach jeder Behandlung ließen ihn oft aufgeben, aber seine Liebe zur Musik und die Unterstützung seiner Familie und Freunde halfen ihm, diese zu überwinden. Während seiner gesamten Behandlung versuchte Norbert dennoch, seine musikalischen Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Er glaubt, dass Musik die spirituelle Medizin ist, die ihm hilft, die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Die Lieder, die er in dieser Zeit komponierte, waren voller Emotionen, um seine Lebensgeschichte mit dem Publikum zu teilen. Jedes Mal, wenn er auf der Bühne steht, hat er das Gefühl, dass ihm mehr Kraft gegeben wird, um den Kampf gegen die böse Krankheit fortzusetzen. Darüber hinaus beteiligt sich Norbert auch an vielen Wohltätigkeitsaktivitäten, um Menschen in der gleichen Situation zu helfen. Er versteht, dass nicht nur er, sondern auch viele andere mit Knochenkrebs zu kämpfen haben. Norbert hat einen Unterstützungsfonds für Knochenkrebspatienten eingerichtet, um sie während der Behandlung finanziell und emotional zu unterstützen. Er glaubt, dass Mitgefühl und Austausch den Menschen helfen werden, Schwierigkeiten zu überwinden und dem Glauben an das Leben wieder zu gewinnen. Die Familie war für Norbert schon immer die größte Quelle der Ermutigung. Seine Frau und seine Kinder stehen ihm stets zur Seite, kümmern sich um ihn und unterstützen ihn in jeder Situation. Sie sind ein stabiler Stützpunkt, der ihm hilft, Schmerzen und Müdigkeit zu überwinden. Norbert schätzt immer jeden Moment mit seiner Familie, weil er weiß, dass ihre Liebe und Wärme für ihn die größte Motivation sind, weiter zu kämpfen. Derzeit wird die gesundheitliche Situation von Norbert noch genau beobachtet. Er wusste, dass der Weg, der vor ihm lag, immer noch sehr schwierig war, aber er gab die Hoffnung nie auf. Norbert komponiert und spielt weiterhin und bringt dem Publikum Freude und Hoffnung. Er glaubt, dass Musik alle Wunden heilen kann und eine unerschöpfliche Quelle der Motivation für Menschen ist, alle Herausforderungen zu meistern. Die Geschichte von Norbert endlich ist nicht nur eine Krankheitsgeschichte, sondern auch eine Lektion in Sachen Widerstandskraft und Optimismus. Obwohl er an Knochenkrebs erkrankte, kämpfte er weiter und widmete sich der Kunst. Norbert hat bewiesen, dass wir das Leben, egal wie schwierig es ist, immer noch überwinden können, wenn wir genug Liebe und Glauben haben. Er ist eine große Inspiration für uns alle und erinnert uns daran, dass nichts unmöglich ist, wenn wir die Hoffnung nicht aufgeben und immer mit unserer Leidenschaft leben. Carmen Nebel ist eine berühmte deutsche Moderatorin, die im Laufe der Jahrzehnte zu einer Fernsehikone geworden ist. Geboren am 24. Juli 1956 in Grimma, Ostdeutschland, hat sie sich eine solide Karriere in der Unterhaltungsindustrie aufgebaut und die Liebe des Publikums durch berühmte Musik- und Fernsehshows erlangt. Carmen ist bekannt für ihren eleganten und anspruchsvollen Moderationsstil, der dem Publikum stets eine fröhliche und angenehme Atmosphäre vermittelt. Was ihr Privatleben betrifft, ist Carmen Nebel ziemlich geheimnisvoll und teilt ihr Privatleben selten in der Öffentlichkeit. 2011 begann sie jedoch eine Beziehung mit Norbert Endlich, einem talentierten Musiker. Norbert wurde am 14. Dezember 1953 in Erfurt, Deutschland, geboren. Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Musikproduzent und hat zum Erfolg vieler berühmter Künstler beigetragen. Die Beziehung zwischen Carmen und Norbert basiert nicht nur auf Liebe, sondern auch auf gegenseitigem Verständnis und Unterstützung im Beruf und im Leben. Seit Beginn ihrer Beziehung sind Carmen und Norbert bei wichtigen Ereignissen stets gemeinsam aufgetreten und haben dabei ihre besondere Verbundenheit und Zuneigung zum Ausdruck gebracht. Allerdings halten sie ihre Beziehung weiterhin privat und lassen nicht zu, dass die Medien zu sehr in ihr Privatleben eingreifen. Diese Geheimhaltung hat für beide einen privaten und friedlichen Raum geschaffen und ihnen geholfen, eine langfristige und nachhaltige Beziehung aufrecht zu erhalten. Im Jahr 2021 bestätigte Carmen Nebel plötzlich, dass sie Norbert Endlich heimlich geheiratet hatte. Diese Information war eine große Überraschung für die Öffentlichkeit und die Fans, denn niemand hatte damit gerechnet, dass sich das Paar nach langer gemeinsamer Zeit für eine Hochzeit entscheiden würde. Die Hochzeit von Carmen und Norbert verlief auf einfache und gemütliche Weise, an der nur Familie und engste Freunde teilnahmen. Carmen und Norbert beschlossen, ihre Hochzeit geheim abzuhalten, um ihre Privatsphäre zu wahren und sich vom Medienlärm fernzuhalten. Für sie muss das Glück nicht zur Schau gestellt werden, sondern es kommt auf aufrichtiges Verständnis und Liebe von beiden Seiten an. Nach der Hochzeit führten Carmen und Norbert ihr glückliches Leben fort und genossen die gemeinsamen Momente. Die Hochzeit von Carmen Nebel und Norbert Endlich war nicht nur ein bemerkenswertes persönliches Ereignis, sondern auch ein Beweis für dauerhafte Liebe und dauerhaftes Engagement. In mehr als einem Jahrzehnt gemeinsam haben sie viele Herausforderungen und Schwierigkeiten gemeistert, bewahren aber stets ihr Vertrauen und ihre Zuneigung zueinander. Ihre Hochzeit ist ein wunderschöner Abschluss einer bedeutungsvollen Liebesgeschichte und gleichzeitig der Beginn eines neuen Kapitels im Leben beider. Carmen Nebel ist mit ihrer glänzenden Karriere und ihrem glücklichen Leben mit Norbert Endlich ein ideales Beispiel für die Balance zwischen Beruf und Privatleben. Sie hat bewiesen, dass das Wichtigste, egal wie erfolgreich sie ist, darin besteht, einen Partner zu finden und ein glückliches Leben mit der Person aufzubauen, die sie liebt. Die Liebesgeschichte von Carmen und Norbert wird für viele immer eine Inspiration sein und beweisen, dass wahre Liebe niemals mit der Zeit verblasst. Carmen Nebel und Norbert Endlich überraschten nicht nur alle, als sie verrieten, dass sie 2021 heimlich geheiratet hatten, sondern auch viele Menschen, als sie erfuhren, dass dies für beide die erste Hochzeit war. Davor war Carmen in einer anderen Beziehung und aus dieser Beziehung hatte sie einen Sohn namens Gregor. Gregor wurde in der Liebe seiner Mutter geboren und wuchs auf, und seine Anwesenheit war ein wichtiger Teil von Carmens Leben. Andererseits hat Norbert aus seiner früheren Beziehung auch eine Tochter namens Ella. Durch die Kombination der beiden Familien ist ein Patchwork-Familienbild voller Liebe und Harmonie entstanden. Das Familienleben von Carmen, Norbert, Gregor und Ella ist nicht einfach, aber voller Farbe und Wärme. Mit Einfallsreichtum und echter Zuneigung schufen Carmen und Norbert ein familiäres Umfeld, in dem sich ihre beiden Stiefkinder geliebt und akzeptiert fühlten. Obwohl Gregor und Ella unterschiedliche Hintergründe hatten, integrierten sie sich schnell und bauten eine enge brüderliche Beziehung auf. Carmen Nebel legt stets Wert auf die Wahrung der Harmonie und Zuneigung in der Familie. Als hingebungsvolle Mutter nimmt sie sich immer Zeit, ihrem Sohn Gregor zuzuhören und sich mit ihm auszutauschen. Ihre Fürsorge und Liebe beschränkte sich nicht nur auf Gregor, sondern erstreckte sich auch auf Norberts Tochter Ella. Carmen behandelte Ella immer wie ihr eigenes Kind und schuf ein familiäres Umfeld, in dem Ella sich sicher und geliebt fühlte. Auch Norbert endlich trug als Vater und Ehemann maßgeblich zur Wahrung der Harmonie in der Familie bei. Er war immer engagiert und rücksichtsvoll, nicht nur gegenüber Ella, sondern auch gegenüber Gregor. Norbert findet immer Wege, unvergessliche Erinnerungen für die ganze Familie zu schaffen, von Ausflügen bis hin zu gemütlichen Abenden zu Hause. Norberts Fürsorge und Verantwortung trugen dazu bei, ein stabiles und glückliches familiäres Umfeld zu schaffen. Das Familienleben von Carmen und Norbert dreht sich nicht nur um ihre Kinder, sondern auch um gegenseitige Unterstützung und Kameradschaft im Beruf und im Leben. Als Berufseinsteiger wissen beide stets, wie man Beruf und Familie unter einen Hut bringt. Carmen erhielt in ihrer geschäftigen Fernsehkarriere stets Unterstützung und Ermutigung von Norbert. Im Gegenteil, Norbert hat Carmen immer an seiner Seite, wenn er sie braucht. Diese Kameradschaft und gegenseitige Unterstützung haben ihnen geholfen, viele Schwierigkeiten und Herausforderungen im Leben zu meistern. Die Patchwork-Familie von Carmen und Norbert zeigt sich auch in den Familienwerten, die sie hochhalten. Sie konzentrieren sich immer darauf, ihren Kindern Liebe, Respekt und Empathie beizubringen. Gregor und Ella lernten unter der Anleitung von Carmen und Norbert, einander zu lieben und zu unterstützen und wurden zu verantwortungsbewussten und verständnisvollen jungen Menschen. Rückblickend können Carmen, Nebel und Norbert endlich stolz auf das Erreichte sein. Als zwei Menschen aus unterschiedlichen Leben fanden sie zueinander und gründeten gemeinsam eine Patchwork, aber liebevolle Familie. Ihre Verbindung ist nicht nur eine wunderschöne Liebesgeschichte, sondern auch ein Beweis für die Kraft der Liebe und der Familienharmonie. Carmen und Norbert haben bewiesen, dass Liebe und Aufrichtigkeit trotz Schwierigkeiten und Herausforderungen alle Barrieren überwinden können. Ihre Patchwork-Familie ist ein Paradebeispiel für Harmonie und aufrichtige Zuneigung und eine Inspiration für viele. Carmen, Nebel und Norbert endlich haben ein buntes Familienleben aufgebaut, in dem sich jedes Mitglied geliebt und geschätzt fühlt. Das ist das Wertvollste, was sie in ihrem Leben bewahrt haben. Carmen, Nebel und Norbert endlich bereiten sich gespannt auf ihren bevorstehenden besonderen Hochzeitstag vor. Das Jubiläum ist nicht nur eine Gelegenheit, auf die glücklichen Momente zurückzublicken, die sie gemeinsam verbracht haben, sondern auch eine Gelegenheit für beide, ihre Liebe und Dankbarkeit füreinander auszudrücken. Seit ihrer heimlichen Hochzeit im Jahr 2021 haben Carmen und Norbert zusammen mit ihren beiden Stiefkindern Gregor und Ella ein erfülltes und herzliches Familienleben aufgebaut. Carmen Nebel, die berühmte Fernsehmoderatorin, ist aufgrund ihres engen Arbeitsplans immer beschäftigt. Sie nimmt sich jedoch immer Zeit, sich um ihre Familie zu kümmern und wertvolle Momente mit ihren Lieben zu teilen. Norbert endlich, ein talentierter Musiker und Musikproduzent, ist ebenso beschäftigt, weiß aber stets, wie man Beruf und Familie unter einen Wut bringt. Beide haben Harmonie und Harmonie im Leben gefunden und ein glückliches und liebevolles familiäres Umfeld geschaffen. Dieser Hochzeitstag wurde von Carmen und Norbert im kleinen, gemütlichen Rahmen organisiert, an dem nur nahe Verwandte und Freunde teilnahmen. Sie wählten einen ruhigen und romantischen Ort, um romantische und unvergessliche Momente gemeinsam zu genießen. Carmen und Norbert planten die Zeremonie im Detail, von der Vorbereitung des Menüs über die Dekoration des Raumes bis hin zur Auswahl der Musik- und Unterhaltungsaktivitäten. Auch Gregor und Ella waren maßgeblich an den Vorbereitungen für die Feier beteiligt. Gregor, Carmens Sohn, und Ella, Norberts Tochter, sind beide sehr aufgeregt und bereit, ihren Eltern bei jeder Aufgabe zu helfen. Gemeinsam schaffen sie kleine Überraschungen, um die Zeremonie noch besonderer und bedeutungsvoller zu machen. Die Verbindung zwischen Gregor und Ella ist nicht nur eine Verbindung zweier Familien, sondern auch ein Beweis gegenseitiger Liebe und Respekt. Carmen und Norbert nahmen sich auch die Zeit, handgeschriebene Briefe zu schreiben, in denen sie ihre aufrichtigen Gefühle und ihre tiefe Zuneigung zueinander zum Ausdruck brachten. Diese Briefe sind nicht nur ein besonderes Jubiläumsgeschenk, sondern auch eine Möglichkeit, Erinnerungen und Gefühle festzuhalten. Carmen schreibt über die glücklichen Momente, die Herausforderungen, die sie gemeinsam gemeistert haben, und Gudau zum Angen, die sie nachbinden.